Ach, ich halte es nicht aus. Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCat. Ja, was halte ich denn nicht aus? Ich halte es einfach nicht mehr ohne den Google Play Store aus. Ich habe es wirklich versucht, mein Amazon Fire HD 10 Tablet hier so zu nutzen, wie Amazon sich das Ganze vorstellt, nämlich ja nur mit dem eigenen Amazon App Store und mit den darin enthaltenen und profilierten Apps. Aber nee, für mich funktioniert das Ganze leider gar nicht. Es gibt zwar eine ganze Menge, was man da finden kann, wie zum Beispiel Prime Video, Netflix, natürlich den Amazon Store, Amazon Fotos, Audible, Amazon Music, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Mediatheken, ein paar Spiele, also wirklich nicht viele Spiele. Und das war es dann im Prinzip auch schon. Was mir echt fehlt, ist zum einen eine ordentliche YouTube App. Es gibt hier zwar Video für YouTube, was auch im Prinzip gut funktioniert, aber eigentlich nur auf die Homepage dann geht. Da habt ihr genau das Gleiche, als wenn ihr ganz normal im Browser dann auf YouTube gehen würde. Im Prinzip kein Problem. Kann man machen, kann man sich anschauen, funktioniert auch ganz gut, aber die richtige YouTube App, die ist mir dann doch ein gutes Stückchen lieber. Und was mir auch viel, viel lieber ist, wäre ein ordentlicher Webbrowser. Ich habe hier den Silk Browser drauf. Natürlich habe ich den drauf, denn dort führt Amazon ein Jahr hin. Aber ihr seht schon hier, diese Seite funktioniert nicht. Ich kriege mein YouTube Studio hier nicht aufgerufen. Fragt mich mal, warum auch immer. Ich wurde zu oft weitergeleitet, das wird blockiert. Ich komme nicht in mein YouTube Studio rein. Und das nervt mich schon mal ganz kolossal. Ich habe hier schon alle möglichen Einstellungen mir angeschaut. Also so richtig toll ist der Silk Browser hier meiner Meinung nach. Nicht für so ganz rudimentäre Sachen. Ja, dafür mag er gut sein, aber ich mag ihn nicht. Habe auch schon probiert, hier per Sideload was drauf zu machen, aber das, naja, es ist einfach nicht so toll. Und ich möchte einen anderen Browser. Ich möchte den Google Chrome Browser am liebsten drauf haben. Und das ist so ein Punkt, der mir fehlt. Mir fehlt die eBay App. Wo ist die eBay App? Klar, es ist eine Konkurrenz für Amazon. Es gibt keine eBay App. Ich habe sie nicht gefunden. Natürlich könnte man sagen, mein Gott, melde dich über den Browser an. Klar, kann man machen. Aber ich will meine eBay App hier haben, genauso wie meine AliExpress App. Klar, kann ich über den Browser machen. Ich will die App. Gibt es nicht hier im Amazon App Store. Ich hätte gerne einen anderen E-Mail Client. Gibt es nicht richtig im Amazon App Store. Zumindest nicht den, den ich möchte. Ich hätte gerne auch hier eine andere Tastatur. Ich finde diese Amazon Tastatur, sie ist einfach nicht so ganz mein Fall. Ich hätte gerne nochmal eine andere Tastatur. Findet man keine ordentliche hier im App Store. Also Freunde, die Lösung heißt, wir müssen den Google Play Store installieren. Und das machen wir heute. Glücklicherweise, nach dem vielen Gejammere, ist das gar kein Problem. Und relativ einfach dann erledigt. Alles, was man tun muss, ist, sich vier APK-Dateien runterzuladen. Und das wäre einmal hier der Google Account Manager, die Google Services Framework, Google Play Services und natürlich den Google Play Store. Und die lädt man sich einfach herunter. Ich verlinke euch das hier unten in der Videobeschreibung, wo ich die runtergeladen habe. Und dann muss man die einfach nur noch in der richtigen Reihenfolge installieren. Und schon sollten wir den Google Play Store ganz normal hier nutzen können. Also probieren wir es aus. Ich habe mir die Dateien schon runtergeladen im Vorfeld und finde die jetzt zum Beispiel, wenn ich, wo habe ich es denn hingemacht, hier reingehe, in die Dokumente. Und da gibt es den Punkt lokaler Speicher und Downloads. Also ich zeige es euch nochmal von Anfang an. Man landet dann immer zuerst mal hier bei meine Kindle Dokumente. Dann geht ihr auf lokaler Speicher, geht hier auf Downloads. Und hier habe ich die vier APK-Dateien jetzt liegen. Und die werden jetzt in folgender Reihenfolge, das ist ganz wichtig, Freunde, installiert. Was auch noch wichtig ist, bevor ihr das macht, Amazon sagt, ihr verliert die Garantie, wenn ihr den Google Play Store installiert, weil das ein nicht sachgemäßer Gebrauch des Tablets ist, was eigentlich völliger Mumpitz ist. Aber seid darauf gefasst, wenn euer Tablet in Flammen aufgeht oder auf sonstige Weise durch die Software beschädigt wird, was allerdings sehr unwahrscheinlich ist, kann Amazon sagen, du hast die Play Store installiert, Garantie ist erloschen. Das müsst ihr also im Hinterkopf behalten. Aber ich sage da piep drauf, ich will meinen Google Play Store. Und deswegen legen wir hier jetzt los. Und bevor, eine Sache hätte ich fast vergessen, wir müssen natürlich hier noch einstellen, dass wir überhaupt Apps aus anderen Quellen, aus APKs installieren können, Freunde. Mein Gott, fast vergessen. Dafür gehen wir einmal in die Einstellungen rein. Dann suchen wir uns mal den Punkt Sicherheit und Datenschutz aus. Genau, den haben wir hier. Und dann wählen wir den Punkt aus, Apps unbekannter Herkunft. Und früher gab es dann einen Schieberegler, wo man sagen konnte, das soll jetzt hier erlaubt sein. Hier kann man jetzt nur noch, wie es aussieht, einzelnen Apps diese Berechtigung zusprechen. Und ich habe das schon hier meinem Dateimanager zugesprochen. Das heißt, ich gehe dann auch in meinen Dateimanager jetzt rein. Den finde ich hier unter Tools und gehe dann hier auf den Dateimanager. Da kommt man genauso hin wie über diese Dokumente. Und so sieht das Ganze aus. Ich bekomme Übersicht hier über meinen freien Speicher, kann hier unten auf die Downloads nochmal gehen und bekomme dann dort meine vier APKs angezeigt, die ich bereits heruntergeladen habe. Und wir starten mit dem Google Account Manager. Und das ist dann diese APK, com.google.android.gsf.login-5.1apk. Da tippe ich jetzt mal drauf. Und dann bekommen wir hier eine kleine Übersicht. Ich sage dann hier unten installieren. Und dann wird auch schon der Google Account Manager installiert. Und wir gehen auf Fertig und der erste Schritt wäre dann schon getan. Als nächstes kommen dann die Google Services Framework dran. Und das wäre die APK com.google.android.gsf-5.1apk. Ebenfalls einmal antippen, unten auf Installieren gehen und schon wäre auch der Schritt geschafft. Fertig. Jetzt kommen die Google Play Services dran. com.google.android.gms-10.2.98apk. Ihr kennt das Spielchen. Anklicken. App wird installiert. Installieren nochmal drücken, bis wirklich alles dann auf dem Speicher drauf ist. Das dauert hier schon einen kleinen Moment länger. Und dann kann es sofort weitergehen mit dem Google Play Store. Also App ist installiert. Wir gehen auf Fertig und machen direkt weiter mit dem Play Store. com.android.vending-7.4.25apk. Einmal auswählen. Auf Installieren gehen. Ihr seht schon, das ist echt kinderleicht. Man muss sich nur an diese Reihenfolge halten. Und dann sollte das auch klappen. Wir gehen auf Fertig. Und wir sollten, wenn ich jetzt auf den Homescreen zurückgehe. Jawohl, da unten ist er. Da unten ist er, Freunde. Ich komme mal ein bisschen näher ran. Da ist er. Der Google Play Store. Wunderbar. Alter Freund, schön dich zu sehen. Wir öffnen ihn und schauen, dass auch alles funktioniert. Da wird noch kurz was gecheckt. Und dann haben wir endlich die volle App-Auswahl hier zur Verfügung. Und können aus dem Amazon Fire HD 10 Tablet alles rausholen. Und nicht nur in den Beschränkungen, die Amazon uns hier vorgibt. Also so einfach funktioniert das Ganze. Ich muss mich jetzt hier nur noch mal kurz anmelden. Und wir können loslegen. Wir sind im Google Play Store dran. Und wir können jetzt starten. Wunderbar. Ihr habt gesehen, das kann wirklich so ziemlich jeder. Die Installation ist ein relatives Kinderspiel. In wenigen Minuten vonstatten gegangen. Und vor allem, ihr braucht keinen Computer dafür. Keine Kabel. Ihr könnt alles direkt vom Tablet aus machen. Prima Sache. Und ja, ich habe jetzt hier noch genug zu tun, endlich mal die ganzen Apps zu installieren, die ich so schmerzlich vermisst habe. Ich suche direkt mal eine. Und die werde ich als allererstes installieren. Ach, die gute alte YouTube-App. Hallo alter Freund. So, ich hoffe, euch hat das Ganze hier geholfen. Wie gesagt, die Download-Links, beziehungsweise die Seite, von wo ich mir die Download-Links hier selbst runtergeladen und besorgt habe, verlinke ich euch hier unten in meiner Videobeschreibung, Freunde. Dann viel Spaß beim Freischalten des kompletten Potenzials eures Fire HD 10 Tablets. Das Ganze funktioniert übrigens nicht nur für das HD 10, sondern auch für das Fire HD 7 und das 8. Genau gleicher Prozess. Also, viel Erfolg und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Mi Apple Cat.